...warten wir schon mal, wenn wir von der Krone als Space-Gas-Muster kennenlernen, in dem Fall ist es ein Gassi-Gas. ...wir unsere Athleten. Deswegen sind wir heute am Holmin-Endig schon gestartet, weil wir uns aufwärmen können, dass man richtig den Lebensressmuster nehmen kann. Also, ihr seid bereit, wir sind bereit. Wie sieht's denn aus? Jetzt so Uhrzeitlich... ...hektigen Druck oder Brennen in der Brust verschüren. Nicht starten sollten sie bei akuten Infekten, Fieber oder Beschwerden. 1 1⁄2 Minuten zu starten. Please, think of your health. Running a Maltron is high-performance sport and should only be done by healthy people. Please pay attention to your body's warning signals during the run. Stop the race if you suffer pain or a feeling of strong tightness, heavy pressure or burning in your chest. ... 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